Herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf YouTube. Mein Name ist Matthias Walter-Eser und ich bin geschäftsführender Gesellschafter der ESA Capital Vermögensverwaltung GmbH. Wir kümmern uns um die finanziellen Anliegen von Wachstumsunternehmen in unterschiedlichen Belangen und du bist heute zu einem Video hier angekommen, das für sich ein neues Format einnimmt. Und zwar das Format einer Masterclass. Dieses Video wird länger gehen als die üblichen Videos und zu diesem Video gibt es ein ergänzendes Dokument. Dieses ergänzende Dokument, das habe ich jetzt hier direkt am Rechner vor mir auf meinem Laptop, dieses Dokument ist für dich aber kostenfrei abrufbar und zwar über den ersten Link unter diesem Video kannst du das Dokument kostenfrei downloaden und exakt die Struktur mitverfolgen, mit der ich dieses ganze Video gestaltet habe. Was wir hier konkret machen, wir arbeiten uns durch die einzelnen Elemente der wirtschaftlichen und damit finanziellen Belange von Wachstumsunternehmen und dabei konzentrieren wir uns auf drei zentrale Bereiche. Der erste Teil wird sein Gesellschaft und Steuerrecht, der zweite wird Financial Management, Controlling und Planung und zu guter Letzt natürlich noch die Realisierung von anorganischem Wachstum durch den Verkauf und Zukauf von Unternehmen respektive Unternehmensanteilen. Dieses Video, wie gesagt, wird länger gehen. Unter Umständen werde ich auch zwei Teile daraus machen, das wird sich dann später herausstellen, abhängig davon, wie lange dieses Video geht. In jedem Falle wünsche ich dir viel Spaß und wenn du nichts mehr dieser Art verpassen möchtest, dann gern einen Daumen nach oben für dieses Video und natürlich ein Abonnement ganz in deinem eigenen Interesse. In diesem Sinne, lass uns keine Zeit verlieren, wir starten direkt in das Dokument rein bzw. in diese Masterclass und was ich dir definitiv empfehlen würde, du solltest dir dieses Dokument downloaden und parallel zu diesem Video mitlesen und die einzelnen Aspekte dabei betrachten. Ich denke, der Lerneffekt wird dabei am größten sein, denn dieses Video ist sicherlich kein easygoing, ich setze mich jetzt auf die Couch und lasse mich bequasseln Video, sondern dieses Video ist wirklich für diejenigen, die Interesse daran haben, die Finanzen im eigenen Unternehmen to the edge of the envelope zu pushen, also wirklich das Maximale rauszuholen und das ist letztlich auch mein Ziel für dieses Video und natürlich das Ziel meiner gesamten Arbeit, das Maximale an wirtschaftlichem Wachstum, an wirtschaftlichem Erhalt für unsere Mandanten rauszuholen. So, jetzt starten wir aber rein, also wer ich bin und was ich mache, das habe ich ganz kurz erläutert und das Ziel soll wirklich sein, also das Ziel der heutigen Masterclass ist die Darlegung, wie die einzelnen Komponenten für kleine und mittelständische Unternehmen, kurz KMUs, zusammenhängen und warum die größten Probleme, die in KMUs entstehen, häufig durch das Unterlassen wichtiger Maßnahmen, die ich hier in diesem Video erkläre, letztlich auftreten und wie du diese logischerweise vermeiden kannst. Ich habe dir gesagt, wir starten mit dem Thema Gesellschafts- und Steuerrecht. Für die meisten ein Thema, von dem sie versuchen, wenn sie jetzt auf Unternehmerseite sind, den größtmöglichen Abstand zu wahren. Ich kann natürlich nachvollziehen, warum, wenn ich jetzt ganz empathisch darüber nachdenke, aber die Wahrheit ist, dass Unwissenheit vor Strafe nicht schützt. Das heißt, du müsstest ein hinreichendes Verständnisprofil für diese Bereiche mitbringen, um deiner Tätigkeit und damit deiner Organfunktion als Geschäftsführer oder Geschäftsführendergesellschaft, als Vorstand nachzukommen. Wie gesagt, ich kann nachvollziehen, wenn einem das von Natur aus schwerfällt, aber ein hinreichendes Verständnis dafür ist wichtig, um auch letztlich die maximalen Wachstumspotenziale aus deiner Unternehmen rauszuholen. Denn sehr viel Gestaltungsspielraum liegt tatsächlich im Gesellschafts- und im Steuerrecht. Nicht nur, wenn es problematisch wird, also wenn es Streitigkeiten im Gesellschafterkreis gibt, wenn man irgendwelche Pflichtverletzungen begangen hat, das sind natürlich dann eher die schwierigen Zustände, sondern bereits in der ganzen Gestaltung, wie die Gesellschaft konstelliert ist, wie die Vereinbarungen innerhalb der Gesellschaft, aber innerhalb vielleicht auch der Unternehmensgruppe getroffen worden sind, nehmen Einfluss auf das Gesamtergebnis und wir betiteln Gesamtergebnis jetzt einfach mal auf den Gewinn nach Steuern. Ich denke, das ist das, was uns unterm Strich interessiert. Und dass dieses Thema dermaßen relevant ist, ist mir aufgefallen im Rahmen meiner Tätigkeit als M&A-Berater. Und da muss ich vielleicht ein wenig was zu mir erzählen. Ich bin ja ursprünglich als M&A-Berater tätig gewesen, bin es auch heute noch total unverändert. Nur hat sich eben innerhalb meiner eigenen Arbeit immer wieder eine zentrale Problematik aufgetan. Mandanten sind mit dem Anliegen, ich muss dazu sagen, wir sind ungefähr 85% Sell-Site orientiert, sind auf mich zugekommen mit diesem Anliegen, Herr Eser, Matthias, mit den meisten bin ich per Du, ich würde gerne mein Unternehmen verkaufen. Das ist kein Thema, das können wir auf jeden Fall realisieren. Und dann im Laufe des Prozesses sind mehrere Themen aufgekommen. Zum Beispiel, wie schaut es denn aus mit latenten Steuern? Also Steuern, die noch als schwebendes Risiko vorhanden sind, weil sie in der Vergangenheit nicht bezahlt worden sind. Ein Riesenthema. Wie schaut es aus mit der gesamten gesellschaftsrechtlichen Struktur? Soll ein Asset oder ein Share-Deal passieren? Ich weiß es nicht, ich kenne den Unterschied nicht. Naja, wenn ich den Unterschied nicht kenne, dann kann ich natürlich auch nie die optimale Entscheidung im Voraus treffen, um dann im Falle des Verkaufs eine möglichst niedrige Steuerbelastung zu erfahren. Das sind jetzt zwei prominente Beispiele, weswegen ich gesagt habe, meine Arbeit beginnt eigentlich nicht mit der Transaktion, sondern die beginnt weit vor der Transaktion. Und es ist wirklich sehr leidig und anstrengend, denn im Rahmen der Transaktion selber ist eine Sache immer dominierend. Zeitlicher Druck. Die wenigsten kommen auf mich zu und sagen, du, ich hätte jetzt hier mal vier Jahre Zeit und in den nächsten vier Jahren sollte das Ganze passieren. Sondern die meisten sagen, du, ein, zwei Jahre, aber das ist dann auch schon das Maximum, da hätte ich es dann gern erledigt. In einzelnen Fällen dauert es auch länger, aber es ist immer ein gewisser zeitlicher Druck mit vorhanden. Und die Transaktion als solches, die ist schon aufwendig. Aber die Transaktion wird natürlich erst möglich gemacht, wenn alles andere aufgeräumt wurde. Also ich kann eine, metaphorisch gesprochen, Immobilie nur verkaufen, wenn sie einen einigermaßen ordentlichen Zustand macht, oder ich muss sie halt dann letztlich mit einem Discount verkaufen. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich muss diese ganzen Probleme, die Unwägbarkeiten erstmal eliminieren, bevor ich mich auf die eigentliche Transaktion konzentrieren kann. Und das wollte ich tunlichst vermeiden. Da wollte ich einen anderen Ansatz wählen. Und deswegen gibt es heute das Angebot CFO as a Service für Wachstumsunternehmen. Das heißt, all die Themen, die später sowieso irgendwann aufkommen werden, werden präventiv behandelt. Das heißt nicht, dass du verkaufen musst dann nach CFO as a Service. Das heißt einfach nur, du bist aus dieser gesamten Corporate Finance, aus der finanziellen Perspektive so gut aufgestellt, dass du überhaupt in die reelle Situation kommst, einen Verkauf realisieren zu können. Davor ist es wahrscheinlich mehr Träumerei als Realität. Und wir schauen uns heute an, wie eine kluge Strukturierung funktionieren kann, welche rechtlichen und steuerlichen Fallstricke dabei aufkommen können und was du definitiv unterlassen solltest, damit du in finanzieller Hinsicht, wir haben gesagt, das Gesamtergebnis ist für uns definiert als Ergebnis nach Steuern, damit das eben für dich am größten resultiert. So, und da gibt es eben dieses Thema Gesellschafts- und Steuerrecht. Dann haben wir das Financial Management. Das ist der zweite Teil dieses Videos. Da sprechen wir darum, wie du das Thema Liquidität optimal ausgestalten kannst. Also wie planst du deine Liquidität, wie analysierst du historische Liquiditätszu- und Abflüsse und wie schaffst du es, ein effektives Controlling aufzubauen, wo eben soll, also ist und plan werde, dann letztlich übereinstimmen, damit du für die Zukunft ein Szenario in der Gegenwart kreieren kannst, um Entscheidungen zu treffen. Also du versuchst, die Zukunft möglichst realistisch in die Gegenwart zu ziehen, um dann mit dieser in die Gegenwart gezogene Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn die Entscheidung triffst du jetzt, aber die Implikation, die tritt erst später, also die Konsequenz, die tritt erst später auf. Und zu guter Letzt sprechen wir über das Thema M&A. Ich habe dir jetzt kurz Kontext gegeben, wie eigentlich das ganze Thema CFO as a Service aufgekommen ist, warum es mir persönlich so unfassbar wichtig ist und wie du den maximalen Profit daraus ziehen kannst, um dann am Ende, wenn es für dich relevant wird, durch M&A-Aktivitäten noch mehr aus deiner unternehmerischen Tätigkeit, aus deinem Unternehmensverbund rauszuholen. So, jetzt starten wir doch mal. Ich denke, ein guter Start in das komplette Gesellschafts- und Steuerrecht ist es, die einzelnen Rechtsformen durchzugehen und daraus abgeleitet eben die notwendigen Implikationen dann herzuleiten, die für dich als Unternehmer auftreten. Und ich denke, die von Steuerberatern sehr häufig empfohlene Rechtsform ist das Einzelunternehmen. Du merkst schon, ich artikuliere das Ganze mit einem gewissen Maß an Sarkasmus. Warum? Weil ich einfach das Einzelunternehmen zwar für einfach zu gründen halte, darüber gibt es auch keine Debatte und die Kapitalintensität, die ist sehr, sehr niedrig, also faktisch null, aber zugleich auch enorm risikoreich. Und wie immer im Leben, Chance und Risiko geben sich die Hand. Hier ist natürlich eine möglichst niedrige Einstiegshürde, kostet also nichts, aber das Risiko, das ich damit eingehe, ist enorm hoch. Und ich habe das Ganze jetzt kategorisiert, immerhin die Vor- und die Nachteile und am Ende sage ich dann, was ich meiner Meinung nach darüber denke und für wen das passend ist und für wen es weniger passend ist. Grundsätzlich ist natürlich eine enorm einfache Gründung und ein sehr geringer Verwaltungsaufwand Grund genug, um sich das Einzelunternehmen einmal zumindest anzuschauen und zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Wir haben immer volle Kontrolle über das Unternehmen, also es gibt keinen Gesellschafterkreis in dem Sinne und diesen Gesellschafterkreis, den gibt es deswegen nicht, weil der Inhaber, also der Unternehmer, die Unternehmerin zugleich auch das Unternehmen verkörpert. Also es gibt keine wirkliche Trennung rein rechtlicher Natur zwischen dem Unternehmer, der Unternehmerin und diesem Unternehmen. Es gibt zwar im steuerrechtlichen Sinn eine Differenzierung, aber es gibt erstmal im Haftungsraum keine Differenzierung. Das unterscheidet das Einzelunternehmen von einer juristischen Person, wie zum Beispiel der GmbH oder der AG. Natürlich sind wir damit enorm flexibel, dadurch, dass es schnell geht, wir keine komplexen Organe haben, keinen Vorstand, keine Geschäftsführung, keinen Gesellschafterkreis, wobei der Gesellschafterkreis als solches erstmal jetzt keine Organfunktion verkörpert, haben wir dieses Thema, dass die Flexibilität natürlich auch mit einer hohen persönlichen Haftung mit einhergeht. Das heißt, dass dieser Unternehmenserfolg natürlich auch immer sehr eng mit der Persönlichkeit des Einzelunternehmers korreliert, zumindest in vielen Fällen und damit auch eine Loslösung, damit auch diese Transition vom Selbstständigen hin zum Unternehmer deutlich schwieriger wird, denn wenn ich emotional immer weiß, am Ende bin ich das Unternehmen und das Unternehmen bin ich, dann wird es wahrscheinlich schon schwierig werden, diese mentale Differenzierung vorzunehmen, die im Laufe des Daseins als Unternehmer definitiv passieren sollte. Die Nachteile, die damit einhergehen, ich habe es gesagt, eine unbeschränkte persönliche Haftung, damit natürlich auch eine vollständige Übernahme des Unternehmers für die Schulden des Unternehmens. Dann, wir haben begrenzte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung, was einfach auf den Umstand reduziert ist, dass es keine Gesellschaftsanteile gibt, dass es also keine eigene juristische Entität gibt, die dann für dieses Unternehmen eintritt, die dieses Unternehmen verkörpert. Wir haben den progressiven Einkommensteuersatz auf die Gewinne des Unternehmens, wir haben damit also auch einen deutlich geringeren Spielraum hinsichtlich der steuerlichen Gestaltung und damit der Reduktion der Steuerlast und wir haben wirklich keine Möglichkeit, die Gewinne des Unternehmens irgendwie im Unternehmen zu belassen, entsprechende Rückstellungen zu bilden, vielleicht auch Gewinnabführungsverträge zu vereinbaren. Also wir haben einen, ich spreche ja gerne, wenn du den Kanal einigermaßen verfolgst, immer vom unternehmerischen Werkzeugkasten. Wir haben also einen kleinen Werkzeugkasten, der ist günstig, der ist überschaubar, der ist vielleicht für kleinere und nicht von besonderem oder überhaupt von relevantem Risiko gekennzeichnete Aktivitäten schon tauglich, hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber meiner Meinung nach, und ich habe ja gesagt, nach jeder Rechtsform gebe ich ein wenig meinen Senf mit dazu, ist es eigentlich die falsche Form der unternehmerischen Verwirklichung, weil es in vielerlei Hinsicht einschränkt. Also wenn ich natürlich ein kleines Spielfeld habe, dann ist es erstmal günstig, das ist überschaubar, aber gleichzeitig komme ich auch schnell an die Grenzen dieses Spielfeldes, obgleich ich mich ja natürlich als Unternehmer mal weiterentwickeln möchte. Es gibt ja die Natur schon vor, denn alles, was nicht wächst, das stirbt ganz implizit. Jetzt schauen wir uns die Rechtsform an, mit der wir wahrscheinlich am meisten zu tun haben. Das ist die GmbH ausgesprochen, also das Akronym in Langform ist es die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gibt es in Deutschland genauso wie in Österreich. Ist auch relativ ähnlich in beiden Legislaturen. Der große Vorteil ist, dass wir einfach eine beschränkte Haftung der Gesellschafter haben und damit auch das persönliche Vermögen der Gesellschafter oder der Gesellschafterinnen, wenn man dann zum Beispiel in Holdingstrukturen oder in jetzt weiblichen Personen, also ist alles in gleichermaßen zu betrachten. Man muss nochmal differenzieren, der Gesellschafter ist häufig dann die natürliche Person und die Gesellschafterin ist dann so in der täglichen Praxis häufig dann eine andere juristische Person, die dann in die Rolle des Gesellschafters mit eintritt oder der Gesellschafterin mit eintritt. Das persönliche Vermögen ist geschützt. Wir haben diese rechtliche Eigenständigkeit, das ist beim Einzelunternehmen nicht gegeben. Beim Einzelunternehmen ist es so, dass die natürliche Person, also die Person aus Fleisch und Blut, so wie ich jetzt hier sitze, auch zugleich das Unternehmen verkörpert. Es gibt aber keine eigenständige juristische Entität. Die GmbH als solches ist vom Gesetzgeber her eine eigenständige juristische Person und wird durch eine Geschäftsführung, wenn es jetzt die GmbH ist, wenn es die Aktiengesellschaft ist, da kommen wir aber noch drauf zu sprechen, durch den Vorstand vertreten, aber bei der GmbH durch den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin vertreten. Weil die GmbH als juristische Person kann sich ja erstmal nicht selbst vertreten. Das ist in der hiesigen Legislatur so nicht möglich. Es gibt auch andere rechtliche Geografien, andere Legislaturen, wo die Funktion der Geschäftsführung durch eine andere juristische Person verkörpert werden. Ich finde das ehrlich gesagt absurd, wenn man darüber nachdenkt. Es hat natürlich immer entsprechende Einschränkungen, also immer Chancen und Risiko zugleich, aber darauf wollen wir uns nicht konzentrieren. Bei uns ist es so, dass eben die Funktion des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin durch eine natürliche Person verkörpert werden muss. Die rechtliche Eigenständigkeit setzt natürlich dann auch eben voraus oder bringt mit, dass diese juristische Person eigenständige Verträge abschließen kann. Und wenn du beim Notar sitzt, dann kennst du sicherlich diesen Passus, dass man befreit ist von dem § 181 BGB, wenn ich jetzt recht entsinne. Und somit ist man also auch als Geschäftsführer in der Position, dass man quasi ein Geschäft mit sich selber machen darf, wenn man es genau nimmt. Denn man unterschreibt einen Vertrag als Geschäftsführer für die Gesellschaft mit zum Beispiel sich selber. Also man kann als Geschäftsführer einen Vertrag mit sich selber schließen, wenn zum Beispiel ein Gesellschafterdarlehen vorgenommen wird. Oder wenn der Geschäftsführer ein Darlehen bekommt, dann kann der Geschäftsführer sowohl als Darlehensgeber, nämlich als Vertretung für die GmbH auftreten, aber zugleich als Darlehensnehmer, nämlich die natürliche Person, die das Darlehen erhält. Das geht so normalerweise nicht, dass man eben Verträge mit sich selber macht. Wir haben die Möglichkeit der Gewinntesaurierung. Das heißt, die Gewinne können stehen gelassen werden. Wir haben ja innerhalb der GmbH, da sprechen wir später dann noch drüber, diesen Aspekt, dass Gewinne erwirtschaftet werden können. Diese Gewinne werden erstmal mit Körperschafts- und Gewerbesteuer belastet. Dann sind sie aber noch in der juristischen Person. Sie sind also noch Bestandteil dieser, jetzt in dem Fall GmbH. Und erst wenn sie ausgeschüttet werden, sind sie raus und werden dann nochmal individuell besteuert, dann entweder mit Kapitalertragssteuer, wenn Gesellschaft eine natürliche Person ist, oder dann eben mit dem reduzierten Steuersatz von 1,54% innerhalb einer Holdingstruktur. Das sind Möglichkeiten, die in Anspruch genommen werden können innerhalb der GmbH, wo das Einzelunternehmen schlicht die Möglichkeit nicht bietet. Und das meinte ich eben vorher, dass eine entsprechende Reduktion an Möglichkeiten, also ein kleinerer Werkzeugkasten für dich als Unternehmer zur Verfügung steht. Zudem ergänzend, das hatte ich vorher auch gesagt, Thema Rückstellungen. Wir haben erstens nicht die Möglichkeit, im Einzelunternehmen Abschreibungen in dem Maße vorzunehmen, also Rückstellungen für zukünftige Ausgaben bereits vorzunehmen. Rückstellungen sind in die Gegenwart gezogene Aufwendungen der Zukunft, die ja bereits gewinnmindernd wirken. Wenn diese später aufgelöst werden, müssen sie natürlich wieder nachversteuert werden. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich hier wieder eine Möglichkeit der steuerlichen Gestaltung habe, die ich innerhalb des Einzelunternehmens so nicht habe. Und das ist von essentieller Natur, denn damit eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten der Gestaltung. Das heißt, wir merken jetzt schon, wenn man dieses Blättchen des Einzelunternehmens, das vielleicht so groß ist, mit der GmbH vergleichen, das so groß ist, haben wir schon viel mehr Möglichkeiten. Und was wollen wir als Unternehmer? Warum machen wir, was wir machen? Wir wollen Freiheit, wir wollen Möglichkeiten. Deswegen befinde ich die GmbH als solches eigentlich als eine hervorragende Rechtsform mit unfassbar vielen Möglichkeiten, die eben diese zu Beginn einmal Hürde voraussetzt, dass sie ein Stammkapitalerfordernis hat. In Deutschland ist das Stammkapitalerfordernis 25.000 Euro, kann aber auf eine Bareinlage von 12.500 Euro reduziert werden. Die Haftungssumme der GmbH ist aber trotzdem auf 25.000 Euro definiert, wobei der Gesetzgeber eben sagt, dass diese 12.500 Euro, also die Hälfte des Stammkapitals, wirklich eingebracht werden müssen und die verbleibenden 12.500 Euro bzw. die verbleibende Hälfte auf Verlangen der Geschäftsführung dann eingebracht werden müssen. Wenn du der Geschäftsführer bist, entscheidest also du, an diese verbleibenden 12.500 Euro in die Gesellschaft eingebracht werden. In Österreich ist die Stammkapitalerfordernis bei 35.000 Euro. Also mit maximaler Gründungsprivilegierung kannst du aber wirklich die Bareinlage auf 5.000 Euro reduzieren. Wie das genau klappt, am besten einfach mit uns sprechen. Dadurch, dass ich in Österreich studiert habe und noch immer mein MBA in Österreich mache, aber Deutscher bin, bin ich immer mit beiden Legislaturen konfrontiert. Ich würde nicht sagen, dass ich in Österreich genauso firm bin wie in Deutschland, aber in jedem Falle ist der Kenntnisstand hinreichend, um die meisten aufkommenden Fragen zu beantworten oder dann mit entsprechender Recherche eine fundierte Antwort geben zu können. Die nächste Rechtsform, mit der wir uns beschäftigen, da geht es aber dann schon wirklich so in die Liga der großen Jungs, das ist die Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft hat eine deutlich höhere Stammkapitalerfordernis. Wir haben also Einzelunternehmen, kein Stammkapitalerfordernis. Die GmbH 25.000 Euro und jetzt die AG 50.000 Euro Stammkapitalerfordernis. Wir haben viel mehr Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. Allerdings auch ein deutlich komplexeres Verwaltungsgremium, wenn man mal so möchte. Denn wir haben den Vorstand, wir haben den Aufsichtsrat. Wir müssen uns in unserer Prüffpflicht, also mit Finanzbuchhaltung und Bilanzierung, das hatte ich jetzt bei der GmbH nicht erwähnt, wir sind zur Bilanzierung verpflichtet. Das sind wir als Einzelunternehmer so als erstmal nicht. Die GmbH ist zur Bilanzierung und dann auch zur Veröffentlichung der eigenen Wirtschaftlichkeit, also der Jahresabschlüsse verpflichtet. Das ist die AG genauso. Einzelunternehmer muss gar nichts veröffentlichen. Das ist allerdings ein Vorteil, würde ich behaupten, des Einzelunternehmens. Ich kann also Geld verdienen, so viel ich möchte, oder Verluste schreiben, so viel ich möchte, sofern es der eigene Geldbeutel hergibt, ohne dass jemals etwas an die Öffentlichkeit dringt. Bei der Kapitalgesellschaft ist es anders, da gibt es die sogenannte Publikationspflicht. Ich muss also meine Geschäftszahlen dann auch mit der Öffentlichkeit teilen. In Deutschland ist es der Bundesanzeiger, in Österreich ist es das Firmenbuch. Kürzlich auch bekannt durch die diversen Aktivitäten der Siegner Unternehmensgruppe mit seinem Kopf, würde ich jetzt mal sagen, René Benko. So, die Aktiengesellschaft als solches hat die Möglichkeit, Kapitalbeschaffung zu betreiben, durch die Herausgabe von Aktien. Die können also ihre Finanzkraft maximieren, indem sie Aktien an Investoren verkauft. Wichtig, nicht jede Aktiengesellschaft, ich hatte dieses Gespräch kürzlich und habe dann gemerkt, ach, das ist keine triviale Information, also keine selbstverständliche Information. Nicht jede Aktiengesellschaft notiert an einer Börse. Du kennst die börsennotierten Aktiengesellschaften, wo also dann die Anteile des Unternehmens frei handelbar sind. Es gibt auch private Aktiengesellschaften, wo also die Aktien in privater Hand sind, damit nicht an einer Börse gehandelt werden. Als prominentes Beispiel, ich habe da jetzt keinen näheren persönlichen Bezug dazu, mir fällt es nur eben gerade ein, wäre zum Beispiel ein großes Immobilienunternehmen aus Berlin, die Mähren AG, glaube ich, ist ziemlich bekannt durch ihren CEO und Eigentümer Jakob Mähren. Das würde ich behaupten, sofern ich es von außen beurteilen kann, ein sehr spannendes und erfolgreiches Immobilienunternehmen. Auf jeden Fall, das ist so der typische Fall, Aktiengesellschaft, aber nicht an einer Börse notierend. Also die Anteile werden nicht an einer Börse gehandelt. Das Thema dabei ist, wir haben wieder die begrenzte Haftung. Das heißt, wir merken schon, Kapitalgesellschaften bringen diesen Aspekt mit, dass man eben die Haftung begrenzen kann, im Gegenteil zum Einzelunternehmen. Und das persönliche Vermögen, das ja nochmal differenziert werden muss vom Unternehmensvermögen, ist damit geschützt. Beim Einzelunternehmen ist das nicht der Fall. Wir haben das Thema Ansehen und Reputation durch die Notierung an einer Börse, die aber optional ist. Grundsätzlich ist es aber schon so, das ist jetzt keine Fehlinformation, die in dem Dokument mehr drinsteht, dass also die Aktiengesellschaft in ihrer Reputation, ich glaube, unangefochten ist. Es gibt keine Rechtsform in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die so dermaßen starke Reputation mit sich bringt, wie die Aktiengesellschaft, weil sie einfach für wirtschaftliche Solidität und häufig auch einfach eine unterstellte unternehmerische Größe steht, obgleich sie ja leer sein kann, aber die Aktiengesellschaft, die gewinnt häufig schon, wenn man versucht, damit Geschäfte zu machen, wenn man es jetzt vergleicht mit der GmbH oder mit dem Einzelunternehmen oder der UG, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen. Die Nachteile der Aktiengesellschaft, wir haben jetzt über die Vorteile gesprochen, wir haben unfassbar viele Möglichkeiten. Wir haben wirklich enorm viele Möglichkeiten. Deswegen würde ich sie dir für den Anfang auch nicht empfehlen, weil du bist wahrscheinlich mit den ganzen bürokratischen Hürden, mit diesen vielen Fachbegriffen und eben auch mit den vielen Pflichten und den entsprechenden Organen innerhalb dieser Rechtsform einfach total überfordert. Und ich glaube, es lenkt mehr ab, als dass es deinem unternehmerischen Tun wirklich zuträglich ist. Deswegen, du hast hohe Gründungskosten, sie ist ziemlich kompliziert. Die Notwendigkeit einer Satzung und eines Gründungsvertrages, die auch wieder ziemlich kostenintensiv sind, sind zu berücksichtigen und wahrscheinlich auch ein Argument dagegen, vor allem am Anfang. Wir haben strenge gesetzliche Anforderungen an die Buchführung, an die Offenlegung, deutlich strenger als eine GmbH. Die GmbH kann normal vom Steuerberater geprüft werden. Eine Aktiengesellschaft muss von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Ein Wirtschaftsprüfer kostet mehr als ein Steuerberater, möchte ich an der Stelle mit dazu sagen. Dann eben diese hohen Transparenz- und Compliance-Anforderungen, um einfach auch die Interessen der Aktionäre zu schützen. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, es gibt das Beispiel der Mähren AG. Soweit ich richtig informiert bin, das sind aber jetzt öffentliche Informationen, ist das Eigentum der Mähren AG bei dem Vertreter, also bei dem Vorstandsvorsitzenden Jakob Mähren. Dann kann man sagen, ja, unter Umständen gibt es ja keine anderen Aktionäre, was aber nichts an den Compliance- und Transparenzvorschriften ändert. Ich muss trotzdem enorm viel Aufwand betreiben, um also den Abschluss einer Aktiengesellschaft zum Geschäftsjahr dann eben vorzunehmen. Hohe Komplexität heißt hohe Kosten, heißt wahrscheinlich in vielen Fällen nicht unbedingt rentabel und meiner Meinung nach eigentlich auch nur dann wirklich sinnig, wenn ich entweder die Reputation haben möchte und ich kaufe mir mit dieser Komplexität und Struktur einfach die Reputation oder alternativ dazu, wenn ich einfach externes Kapital in meiner Gesellschaft brauche und dabei eine möglichst einfache Handhabe innerhalb dieser Anteilsverteilung haben möchte. Bei der GmbH muss ich immer zum Notar rennen, um entsprechende Anteilsneuverteilungen vornehmen zu können. Bei der Aktiengesellschaft kann ich das ganz liberal ohne einen Notariatsakt vollziehen. Und zu guter Letzt, ich habe sie jetzt bewusst am Ende gemacht, denn eigentlich der Chronologie nach aufbauend hätte man sagen müssen, sie kommt zwischen dem Einzelunternehmen und der GmbH, ist es die UG. Die UG als solches ist die Unternehmergesellschaft, wird immer bekannter in Deutschland. Warum wird sie immer bekannter? Weil sie auch als Mini-GmbH bezeichnet wird. Sie ist vor allem ein Relikt vergangener Tage, als eben diese Gründungsprivilegierung in Deutschland mit der Hälfte einzubringenden Stammeinlage in Höhe von 12.500 Euro so noch nicht gegeben war. Denn die UG als solches unterliegt auch dem GmbH-Gesetz, ist also in ihrer Struktur sehr, sehr, sehr vergleichbar mit einer GmbH, unterscheidet sich in einzelnen Punkten aber doch. Die beiden wesentlichen Punkte sind meiner Meinung nach einerseits das nicht vorhandene Stammkapitalerfordernis, also es gibt nicht eine Untergrenze an Stammkapital, die ich mitbringen muss. Und ich habe eine Pflicht, nämlich mindestens diese 25% meiner erwirtschafteten Gewinne als Kapitalerhöhung dann am Jahresende vorzunehmen, um dann möglichst zeitnah aus der UG dann eine GmbH werden zu lassen. Deswegen unterliegt sie auch dem GmbH-Gesetz. Von wesentlicher Natur, wie ich es jetzt eingrenzen würde, die UG und die GmbH, das sind die häufigsten Rechtsformen, zu denen würde ich auch raten, idealerweise, wenn man doch mit dem Gedanken spielt, sich unternehmerisch entsprechend zu engagieren. Das heißt, in der Regel bleibt es nicht bei einer Gesellschaft über die Lebenszeit, dass man anfängt mit einer Holding und daraus hervorgehend dann eine operative Gesellschaft gründet und aus einer operativen Gesellschaft, erfahrungsgemäß, so ist es bei mir auch, erwachsen dann über die Zeit einfach mehrere operative Gesellschaften oder eben Gesellschaften, die zum Einziehen von Brandmauern dienen, also damit die Haftung auf persönlicher oder dann auf Unternehmensebene, auf Ebene der Unternehmensgruppe dann einfach zu reduzieren, weil zu isolieren. So, ja, im Wesentlichen zur UG, man kann sich es mal näher anschauen. Ich persönlich würde sagen, wenn man die UG gründet, kann man auch gleich die GmbH machen, weil danach immer viel Bürokratie mit einhergeht. Man will die ja sowieso perspektivisch in die GmbH dann wechseln. Wenn es Kapital nicht mehr zulässt, und zwar wirklich nicht mehr zulässt, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie häufig im Leben etwa sparen und dann eben diese 12,5 aufbringen oder zu sagen, ich mache jetzt die UG, weiß aber, dass ich eigentlich doppelt zahle, weil ich muss die Gründung der UG zahlen und letztlich dann nochmal die Umwandlung, also die Kapitalerhöhung und damit dann die Umwandlung hin zur GmbH. Aber ich spare mir nicht viel. In der Regel ist es eher so eine Frage, das kann ich mir jetzt leisten, möchte ich jetzt wirklich anfangen, denn die Gründungskosten sind etwas niedriger, das Stammkapitalerfordernis ist niedriger, aber unterm Strich auf wahrscheinlich 12 bis 24 Monate gedacht, wenn man dann eben die Umwandlung zur GmbH vornehmen möchte, sind die Kosten sogar etwas höher, weil man eigentlich den doppelten bürokratischen Aufwand betreiben muss. Dann gibt es noch die Kommanditgesellschaft, auf die werde ich jetzt aber nicht näher eingehen. Warum? Weil sie eigentlich für unsere Belange wenig Sinn und Zweck hat. Ich würde auch niemandem zur Kommanditgesellschaft zuerst mal raten. In Einzelfällen noch zu dieser Mischform der GmbH und Co. KG, aber auch diese ist in ihrer Struktur dann deutlich komplizierter, als dass sie jetzt hier schnell abgehandelt werden könnte. Deswegen lasse ich sie raus. Im Dokument selber steht sie drin, wo ihr gemerkt, man kann mal reinschauen, da steht die Kommanditgesellschaft mit drin, nicht aber die GmbH und Co. KG. Aber ich möchte es hier nicht im Video machen, weil das wird das Video hoffnungslos sprengen und ich merke jetzt schon, dass wir ziemlich in die Länge gehen mit dem Video. Das Thema Financial Management und Controlling. Financial Management und Controlling sowie die Planung sind drei eng miteinander verbundene Bereiche. Die zusammen die finanzielle Gesundheit und den langfristigen Erfolg eines Unternehmens erstmal abbilden und damit auch garantieren, sofern er gegeben ist. Natürlich auch den Downfall, also im Zweifelsfall den Verfall des Unternehmens. Was wir machen, wir schauen uns jetzt unter A, Financial Management an, unter B, Controlling und unter C, das sind die drei Buchstaben, wie ich es jetzt hier im Dokument untergliedert habe, schauen wir uns das Thema Planung an. Warum? Financial Management hat für mich sehr viel damit zu tun, historische Daten auszuwerten, mich mit dem gesamten historischen Zahlenwerk auseinanderzusetzen. Beim Thema Controlling geht es auch um die Überwachung und um die Steuerung, also wirklich dann auch Kontrollinstanzen einzuführen und bei der Planung geht es eben darum, den Blick in die Zukunft zu wagen und in der Zukunft dann möglichst gute Planszenarien oder für die Zukunft möglichst gute Planszenarien aufzubauen, die mir dabei helfen sollen, meine unternehmerische Existenz erstens zu sichern und natürlich auch das Wachstum möglich zu machen. Financial Management umfasst die Strategie und die strategische Steuerung aller finanziellen Aspekte eines Unternehmens, einschließlich der Kapitalbeschaffung, der Investitionsentscheidungen, Finanzierung, Liquiditätsmanagement. Es geht darum, die finanziellen Ressourcen des Unternehmens effizient einzusetzen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Zum Beispiel kann Financial Management dazu beitragen, die optimale Kapitalstruktur eines Unternehmens zu bestimmen, um die Kosten des Kapitals zu minimieren und die Rentabilität zu maximieren. So, ich denke, der erste Teil dessen, was ich beschrieben habe, der ist relativ logisch. Ich habe es jetzt so eins zu eins aus dem Dokument vorgelesen. Du kannst ja mitlesen parallel. Der zweite Aspekt, und jetzt merken wir schon, hui, diese Bereiche sind nicht voneinander getrennt, bezieht sich auf das, was wir eingangs hatten, nämlich der ganze gesellschaftsrechtliche Rahmen und damit auch der steuerrechtliche Rahmen. Jetzt aber eher bezogen auf den gesellschaftsrechtlichen Rahmen. Wir hatten das Einzelunternehmen, da war eine externe Kapitalbeschaffung kaum bis nicht möglich. Das heißt, wir haben hier, wenn ich ja schon vorgelesen habe, die Kapitalstruktur haben wir eigentlich eine sehr reduzierte bis keine mögliche Kapitalstruktur, denn alles ist Eigenkapital und gegebenenfalls sind es noch Schulden, aber es sind auch private Schulden. In einer Kapitalgesellschaft wird klassischerweise differenziert zwischen Eigenkapital, also Equity und Fremdkapital, Debt. So, und ich kann mir diese zwei Kapitalarten mit Ergänzung der Mischform, es gibt das sogenannte Mesaninkapital, was faktisch Fremdkapital mit Eigenkapitalcharakter ist, also eigentlich Schulden, die ich als Eigenkapital ausweisen darf. Das ist ein Trick, den ich dann in der Kapitalstruktur anwenden kann, den ich aber als Einzelunternehmer so erstmal nicht anwenden kann, den ich als Privatperson in Einzelfällen dann auch noch anwenden kann, aber nichtsdestotrotz, diese Kapitalstruktur ist natürlich nur dann gegeben, wenn ich eine Kapitalstruktur auch aufbauen möchte und in der Regel setzt das die Bilanzierung voraus. Wie wir gesehen haben, wir können als Einzelunternehmer bilanzieren, wir müssen aber nicht als Einzelunternehmer bilanzieren. Deswegen würde ich dir zur Kapitalgesellschaft raten. Ich wollte eben nur Kontext dazu geben, warum wir hier schon eben dabei sind, inwiefern sich diese unterschiedlichen Aspekte, die wir hier in der Masterclass durcharbeiten, eben überschneiden. Das Thema Controlling konzentriert sich auf die Überwachung und Steuerung der Unternehmensleistung anhand von finanziellen Kennzahlen und Leistungsindikatoren. Das ist das, was wir bei CFO as a Service wirklich wöchentlich für dich reporten. Bei CFO as a Service ist auch das komplette Thema Financial Management als erste Phase mit dabei. Wir zerlegen also all deine gesellschafts- und steuerrechtlichen Vereinbarungen, deine Satzungen, Gesellschaftsverträge, Jahresabschlüsse, schauen uns deine Bilanzen an, schauen uns deine Gewinn- und Verlustrechnungen an. Wir schauen uns wirklich am Anfang erstmal alles an, was an Substanz vorliegt, um dann für die Zukunft eine bessere Grundlage schaffen zu können, idealerweise eine bessere Grundlage schaffen können. Bei Controlling geht es vielmehr darum, eben diese finanziellen Kennzahlen zu ermitteln, Leistungsindikatoren zu definieren und dann sogenannte KPIs für dich auf den Plan zu rufen. Das sind die sogenannten Key Performance Indicators oder wesentliche Leistungsindikatoren, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte, die dir eben Rückschluss darüber geben, wie erfolgreich oder im schlimmsten Fall erfolglos dein Unternehmen gegenwärtig ist. Abgeleitet aus diesen Leistungsindikatoren oder kurz KPIs kannst du dann eben Maßnahmen ergreifen, die dir dabei helfen, eine bessere Unternehmensleistung zu erzielen. Und diese Unternehmensleistung kann sich auch auf sehr operative Aufgaben, wie zum Beispiel die Verzriebsleistung oder die Marketing-Effizienz beziehen. Aber am Ende läuft eben alles auf die Wirtschaftlichkeit deines unternehmerischen Handelns hinaus und jede unternehmerische Aktivität, jede Investition, jede Personalie, jede Entscheidung mündet am Ende in irgendeiner Form von Zahlenwerk, das sich in monetären Mitteln bemessen lässt. Und darum geht es beim Thema Controlling, wie setzt sich also deine unternehmerische Entscheidung dann zu späterem Zeitpunkt um, also umsetzen, wie übersetzt es sich, in echte Wirtschaftlichkeit, also in das, was wir dann in Form von G&V, Bilanz oder dann unterjährig der BWA zu betrachten bekommen. Und zu guter Letzt, und das ist integral, wenn wir alles betrachtet und optimiert haben, wenn wir es analysiert haben, einen Standard definiert haben, dann geht es um die Planung. Dann können wir den Blick in die Zukunft wagen und können wir uns anschauen, wie funktioniert es in deinem Unternehmen, dass eine entsprechende Wachstumsquote erzielt werden kann, aber nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Wachstum immer in einem gesunden Chancen-Risiko-Verhältnis, um eben auch die langfristige Existenz deines Unternehmens erstmal gewährleisten zu können. Denn ich kann natürlich immer um jeden Preis wachsen. Typischer Fall, ich erzähle es immer ganz gerne und die meisten Kollegen reagieren dann auch so. Und ich erzähle, ich habe den einen oder anderen E-Commercler bei mir im Gespräch sitzen gehabt, zumeist fernmündlich, und die haben mir dann erzählt, ja, wir haben gar keine Umsatzsteuer bezahlt. Und ich erzähle diese Anekdoten immer gerne, natürlich anonym. Und dann bekomme ich immer das Feedback, ja, kein Wunder, dass der Shop dann so schnell wachsen konnte. Ich sage keine Namen, wie gesagt, aber einzelne Zahlen sind immer interessant. Die sagen, ja, die haben 20% mehr Geld, also 19% mehr Geld wie wir. Es ist klar, dass die schneller wachsen. Und das wäre Wachstum um jeden Preis. Einfach keine Steuern bezahlen. Habe ich mehr Liquidität? Mit mehr Liquidität kann ich mehr investieren. Mit mehr Investitionen kann ich schneller wachsen. Am Ende stellt sich aber dann doch die Frage, wie machen wir es denn mit den steuerlichen Verbindlichkeiten? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich anfangs schon besprochen hatte, nämlich, wie schaut es denn aus mit den latenten Steuern? Also mit den fälligen, also noch mit den anstehenden, aber noch nicht bezahlten Steuern. Denn du weißt ja, zwei Dinge sind sicher in diesem Leben. Das ist einerseits der Tod und andererseits die Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. In irgendeiner Form wird das Finanzamt sein Geld bekommen. Deswegen versuche es erst gar nicht, diese Form von Wachstum, um dann wirklich jeden Preis in irgendeiner Form zu vollziehen. Die Relevanz dieser Bereiche wird besonders deutlich in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit und Veränderung. Wir merken es jetzt aktuell. Ich hatte kürzlich einen LinkedIn-Post publiziert, in dem eben drin stand, E-Commerce, was ja schon, würde ich behaupten, einer der wesentlichen Zielgruppen bei uns, sowohl im M&A-Geschäft als eben auch im CFO-Geschäft ist, ist aktuell ein Blutbad. Also E-Commerce ist aktuell sehr schwierig. Und das Konsumverhalten, die AOVs und die Repurchasing Rates und die, also alle relevanten Metriken im E-Commerce-Umfeld sind aktuell wirklich am Boden. Die waren seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so schlecht, wie es heute der Fall ist. Und sowohl klein als auch durchgezogen innerhalb des E-Commerce-Marktes bis ganz groß. Am kürzlichen Beispiel von Zalando, das Manager-Magazin, hat dazu einen tollen Artikel über die beiden wichtigsten Personen im Unternehmen da publiziert, vor welcher Mammutaufgabe die beiden stehen. Sehen wir einfach, dass sich, also der Trend fortsetzt und dass eben diese Unsicherheiten bestehen. Deswegen ist es jetzt besonders wichtig, diese drei Bereiche, die ich jetzt eben genannt habe, Financial Management, Controlling und Planung absolut im Griff zu haben und bereits im Kleinen im Griff zu haben, damit sie im Großen dann eben nicht noch größere Probleme verursachen. Und da zitiere ich jetzt schon eines meiner Vorbilder, den Wolfgang Grupp. Wer ein großes Problem hat, der ist eigentlich ein Idiot, denn jedes große Problem war in seiner Wurzel mal klein und man hat es groß werden lassen. So ist es auch bei dir. Du hättest diese Kontrollinstanzen, diese gesamten Finanzstrukturen bereits aufbauen können in der Vergangenheit. Du kannst sie auch jetzt noch aufbauen. Du kannst jetzt die Entscheidung treffen und verändern. Du kannst es aber auch noch mehr hinausschieben, in der Hoffnung, dass es einfach sich von selber löst, dass es von Natur aus besser werden wird. Und das wird nicht passieren und das ist garantiert. Also ich verspreche dir, dass sich Probleme in den seltensten Fällen von alleine auflösen werden. Ganz im Gegenteil, sie unterliegen dann so einem Exponential-Effekt. Also sie werden dann mit der zeitlichen Veränderung, mit dem Verzug der zeitlichen Dimension, mit dem Time Horizon, werden sie sogar noch größer und damit für dich noch schwieriger beherrschbar. Deswegen besser jetzt eine harte Entscheidung. Und man sagt ja immer, eine harte Entscheidung führt zu einem leichten Leben. Eine leichte Entscheidung zu einem harten Leben. Entscheidung, entscheide ich lieber für die harte Entscheidung und damit in Kürze für ein leichteres Leben. Aber ein gut durchgeführtes Financial Management hilft deinem Unternehmen, finanzielle Engpässe schon mal zu vermeiden. Wie gesagt, es geht darum, sich alles mal anzuschauen. Dann kann man auch diese ganzen Engpässe vermeiden und entsprechend abwägen. Chancen nutzen und mit einem effektiven Controlling sicherstellen, dass das eigene Unternehmen eben auf Kurs bleibt. Es geht nicht nur darum, alles im Blick zu haben, sondern dann auch Entscheidungen zu treffen und bereits zu berognostizieren, was brauche ich denn morgen. Was brauche ich in zwei Monaten? Wenn ich das schon weiß, dann kann ich natürlich verantwortungsvoll agieren. Wenn ich das nicht weiß, kann ich das eben nicht tun. Und die Planung am Ende gibt einem Unternehmen überhaupt mal die Möglichkeit, langfristige Ziele zu setzen. Denn ich kenne viele Unternehmen, die dann auch schnell wachsen, aber alles, was schnell hochgeht, das geht dann häufig auch schnell wieder runter. Und das wollen wir vermeiden. Wir müssen nicht die allerschnellsten sein, die hochgehen. Wir müssen die sein, die den Schritt von 0 auf 1 machen, von 1 auf 2 und dann immer den zuletzt erreichten Standard, also in dem Fall jetzt 1 oder 2 oder 3, dann zu halten und dann eben auf die nächste Stufe hochzuklettern. Es bringt nichts, von 0 auf 4 zu springen und am Ende dann doch wieder bei 1 zu landen, weil es hoch geht und dann wieder runter. Das wollen wir vermeiden, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht langfristig und es ist auch einfach nicht seriös, wenn man es ganz ehrlich betrachtet. Jetzt findest du einige Beispiele zum Thema Financial Management und Controlling in dem entsprechenden Dokument. Ich werde die jetzt mit dir durchgehen und wieder meine Gedanken dazu äußern und du kannst dein Dokument einfach mitlesen. Ein Unternehmen möchte entscheiden, ob eine neue Produktionsanlage gekauft werden oder geleased werden soll. Hier ist es Financial Management gefragt, um die Kapitalkosten zu bewerten, den Cashflow aus beiden Optionen zu analysieren und eine fundierte Entscheidung zu treffen, die die Rentabilität des Unternehmens maximiert. Wenn wir diese Entscheidung haben zwischen kaufen oder leasen, dann ist in dem Terminus kaufen natürlich auch finanzieren mit inkludiert. Was dabei wichtig ist, ist erstens, wie wirkt es sich auf die Bilanz aus? Das heißt, wie wirkt sich der Kauf dieser jeweiligen Sache auf die Bilanzstruktur aus? Diese Produktionsanlage könnte man jetzt auch ersetzen durch ein Fahrzeug. Wie wirkt sich denn der Kauf auf die Bilanz des eigenen Unternehmens aus und wie wirkt sich das Leasing auf die Bilanz des eigenen Unternehmens aus? Inwiefern sind die damit einhergehenden Aufwendungen wirklich auch Aufwendungen oder inwiefern sind es nur Liquiditätsabflüsse, die gegebenenfalls zu steuerlichen Problemen führen, weil Liquiditätsabfluss aber nicht als gewinnminimierender Aufwand zu buchen. Und das sind Aspekte, die du natürlich berücksichtigen musst und dafür braucht es gutes Financial Management. Also es ist jetzt egal, ob es um die Produktionsanlage geht oder um das Auto, das ja bei vielen dann auch irgendwann ansteht, vor allem wenn sie dann noch jünger sind, um sich dann selbst zu belohnen, was auch vollkommen okay ist. Das habe ich auch getan. Aber man muss eben eine seriöse Entscheidung treffen, die mit den Interessen des eigenen Unternehmens d'accord geht. So, dann ein Startup muss entscheiden, wie es sein eigenes Wachstum finanziert. Financial Management hilft dabei, diese Finanzierungsoptionen, Eigenkapital, Fremdkapital, und staatliche Förderung zu bewerten, um die optimale Kapitalstruktur und den Finanzierungsmix zu bestimmen. Jetzt sehen wir schon, Financial Management korreliert aber mit dem gesellschaftsrechtlichen Rahmen, denn ich hatte ja vorher erwähnt, innerhalb der GmbH kann ich dann die, und der Bilanzierung und den Gesellschaftsanteilen, kann ich Investoren mit hinzunehmen. Beim Einzelunternehmen schon extrem schwer, weil es keine juristische Trennung zwischen dir als natürlicher Person gibt, weil keine juristische Person besteht. Du bist alles und alles ist vielleicht auch in dem Fall dann nichts, die Kapitalgesellschaft, GmbH, und wenn ich jetzt wirklich einen komplexeren Kapitalmix fahren möchte, die Aktiengesellschaft bietet halt ungemein viel mehr Möglichkeiten. Aber das muss ich davor schon definieren, was der Plan ist, damit ich mir später erstens Zeit spare, Kosten spare, und dann halt auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Instrumentarium, um wieder bei der Metapher des Werkzeugkastens zu bleiben, dann auftreten zu können. Einfach so in den Raum geworfen. Dann das Thema Controlling. Ein Unternehmen hat ein monatliches Umsatzziel festgelegt. Das Controlling überwacht fortlaufend die tatsächlichen Umsatzerlöse und vergleicht sie mit dem Ziel. Wenn Abweichungen auftreten, identifiziert das Controlling die Gründe dafür, wie beispielsweise eine Schwäche im Vertrieb oder eine unerwartete Marktentwicklung und entwickelte Maßnahmen zur Korrektur führen. Hier siehst du, dass Controlling eben die wirtschaftliche Dimension deiner Handlungen mit den konkreten Financial Metrics abgleicht und dann auch Korrelationen feststellt. Innerhalb von CFO as a Service machen wir das für dich und mit dir. Du bekommst wöchentliche Auswertungen im Kontext deines Controllings, wie sich dein Unternehmens- aus Performance-Perspektive aus dem Blickwinkel eines Controllers darstellt. Du hast hier wirklich maximale Transparenz und kannst endlich Entscheidungen treffen, aber auch historische Entscheidungen besser bewerten, die dir dabei helfen, wirklich gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen auf Basis getroffener Entscheidungen und deren qualitativer Bewertung. Denn wenn du Entscheidungen triffst und immer nur glaubst, sie waren gut, weil du glaubst, dass sie gut waren, kannst du natürlich nicht besser werden, wenn du in Wahrheit keine echte Referenzmetrik hast. So, dann das Thema. Ein Produktionsunternehmen analysiert regelmäßig seine Produktionskosten im Vergleich zu den Budgetvorgaben. Das Controlling identifiziert Bereiche, in denen die Kosten überschritten werden, wie zum Beispiel ineffiziente Prozesse oder steigende Rohstoffpreise und arbeitet mit den beteiligten Abteilungen zusammen, um Kosteneinsparungen zu realisieren. Enorm wichtig bei zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, die sich die Frage stellen, ey, kaufe ich meine Waren überhaupt verhältnismäßig zu meinen gesamten anderen wirtschaftlichen Indikatoren im Unternehmen zu den richtigen Konditionen ein? Wir haben einen tollen Kunden, ich habe ihn auch schon mal in meinem letzten Video erwähnt, Arktis-Quelle, Tom und Robin, herzliche Grüße an der Stelle. Die Frage war, kaufen wir unser Produkt zum richtigen Preis ein? Wir haben unterschiedliche Gespräche zu diesem Thema geführt, interessiert ja jetzt auch nicht, was das Ergebnis dieser Gespräche war, aber als solches stellt sich das letztlich dann bei jedem Unternehmen, kaufe oder produziere ich zu den richtigen Konditionen. Bei einem Dienstleister gibt es jetzt keine klassische Produktion, auch keinen klassischen Einkauf, da stellt sich dann eher die Frage, habe ich die relevante Personalie, deswegen sind bei Dienstleistungsunternehmen auch in der Regel die Personalkosten deutlich höher als bei Handelsunternehmen, oder bei nicht dienstleistenden Unternehmen, habe ich hier die richtigen wirtschaftlichen Metriken als Referenzwert angesetzt, zahle ich zu viel, zahle ich zu wenig, bin ich vielleicht einfach wirtschaftlich out of a relevant range. Das kann sein. So, am Ende noch das Thema Planung. Ein Einzelhandelsunternehmen plant sein Expansionsziel für die nächsten fünf Jahre. Die Planung beinhaltet die Analyse von Marktdaten, Wettbewerbsanalysen und Kundenverhalten um potenzielle Standorte zu identifizieren und eine Roadmap für die Expansion zu erstellen. Das kann ich natürlich nur tun, wenn ich historische Daten analysiert habe und mit diesen Daten entsprechende Wachstumswerte aufschlagen kann. Wenn ich sage, mein Ziel ist es jedes Jahr 10 bis 20 Prozent zu wachsen. Ich weiß, das ist ein großer Sprung, aber ich sage es jetzt mal bewusst, 10 bis 20 Prozent zu wachsen. Dann weiß ich das. Wenn jemand sagt, ich will 100 Prozent wachsen, aber er weiß gar nicht, was die Basis von 100 Prozent ist. Er kennt auch nicht die dafür relevanten Metriken, die er braucht, um dieses Wachstum zu realisieren. Dann ist es kein Ziel. Dann ist es ein schlichter Traum. Und davon würde ich dir dinglich abraten, wenn du ab einem relevanten Umsatzniveau die Entscheidung triffst, größer zu werden, schneller zu werden, aggressiver am Markt aufzutreten. Denn dabei verhaspeln sich sehr viele, dass sie dann schlechte Entscheidungen treffen, weil sie es gewohnt waren, eben sehr bauchgefühlslastig zu entscheiden, wie in der Vergangenheit eben üblich, und dann den Switch hinlegen müssen zu den zahlenbasierten Entscheidungen, ob gleich keine Zahlen vorhanden sind, und dann irgendwas herziehen und dann eigentlich ins eigene Verderben stürzen, weil die Datenqualität schlecht ist, damit die Entscheidungsqualität schlecht ist und unterm Strich die gesamte Unternehmung keinen Aufwärtstrend mehr erfährt, sondern einen Abwärtstrend. Und wie der Investmentbank dann sagen würde, irgendwann kommt der Kuckuck, also der Insolvenzverwalter, und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ist es enorm wichtig, hier überhaupt mal richtige Referenzwerte für die eigenen Planwerte anzusetzen. Das zweite Beispiel hier, ein IT-Unternehmen entwickelt einen langfristigen Investitionsplan für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien. Die Planung beinhaltet die Bewertung von Technologietrends, Kundenbedürfnissen und Wettbewerbsentwicklung, um Ressourcen effizient einzusetzen und langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern. Das kann ich natürlich nur entwickeln, diesen Investitionsplan, wenn ich weiß, was aktuell an relevanten Daten, häufig auch Finanzdaten im Unternehmen existiert. Ich hatte gestern ein Video gesehen, das kam von einer österreichischen Zeitung, ich habe ja schon erwähnt, ich bin irgendwie immer so in beiden Ländern Hälfte, Hälfte unterwegs, obwohl der Tendenz schon natürlich in Deutschland liegt, aber es gibt ein großes Werk eines, ich glaube Chip-Herstellers war es in Österreich, irgendwie AMS, müsst ihr mal nachschauen, irgendwas mit AMS auf jeden Fall, der muss diesen kompletten Standort dicht machen, 500 bis 600 Arbeitsplätze fallen weg, weil ein gesamter Standort, dieser Standort war irgendwann mal Teil eines Investitionsplans, hoffe ich zumindest, auf Basis eines einzelnen Kunden, es wurde gemutmaßt, dass dieser eine Kunde eben Apple war, dass dieser gesamte Standort, mit Mitarbeitern, mit Produktionsstandort und einem damit einhergehenden Investitionskosten von einem Kunden abhängig gemacht wurde, jeder vernünftig denkende Mensch in Österreich, würde ich mal wieder sagen, jeder mit Hausverstand ausgestattete Mensch, kommt zu der Erkenntnis, dass das nicht funktionieren kann, dass das keine solide und seriöse Entscheidung ist, aber dieser dafür verantwortliche Manager, dem wurde jetzt schon das Vertrauen entzogen, obgleich ich sagen muss, wie ist es denn überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen, also man sieht auch, große Unternehmen machen diesen Fehler und wo denn mündet es, Jobverluste, Standortabbau, wirtschaftlicher Rückgang in Zeiten der Krise ohnehin problematisch, bitte tu mir einen Gefallen und nimm das, was ich jetzt eben beschrieben habe, wie man so gerne sagt, nicht als unnütze Information, denn nichts ist unnütz, alles kann auch als schlechtes Beispiel dienen und ich denke, das ist ein sehr plakatives, schlechtes Beispiel für einen schlechten Investitionsplan und damit eine schlechte Investitionsentscheidung. So, zu guter Letzt, jetzt kommen wir zum Thema M&A-Aktivitäten, die Realisierung von anorganischem Wachstum durch den Zukauf und den Verkauf von Unternehmensanteilen. Grundsätzlich geht es bei M&A, M&A ist ein Akronym aus zwei Buchstaben, M&A, um Merges und Acquisitions. Merges sind Zusammenschlüsse, Akquisitionen sind Zukäufe und es geht darum, dass ich entweder meine eigenen Unternehmensanteile verkaufe, dann bin ich aber schon wieder jetzt in dieser Dimension und du merkst, wie diese Dinge zusammenspielen. Ich kann einen Unternehmensanteil nur verkaufen, wenn ich ihn bewerten kann. Bewerten kann ich ihn nur, wenn ich fundierte und damit verbindliche Finanzdaten habe. Und verkaufen macht auch eigentlich nur dann Spaß, wenn ich den richtigen gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmen habe, dass ich eben nicht 50% Steuerlast auf meinen Ertrag aus dem Unternehmens- oder Anteilsverkauf habe, sondern am bestenfalls nur 1,54, manche sagen 1,5, manche sagen 1,6, innerhalb der Holding-Struktur dann realisieren kann. Nur dann macht es Spaß, aber das setzt eben voraus, dass ich alle vorhergehenden Schritte richtig gesetzt habe, um dann den Exit für mich so einbringlich wie möglich zu machen. Denn am Ende könnte ich einen Exit für eine Million machen, innerhalb der richtigen Struktur, dann mit einer quasi, ich sage jetzt mal, nicht existenten Steuer, also 1,5% belasten und ich bekomme immer noch knapp eine Million raus. oder ich habe es in der schlechtesten Struktur, habe viel mehr Arbeit verrichten müssen, mache auf dem Papier einen Exit für 2 Millionen, besteuere zu 50% und am Ende habe ich auch eine Million. Das heißt, ich hätte mit der richtigen Struktur entweder die Hälfte der Zeit investieren müssen oder das Doppelte an Ergebnis bekommen können. Aber eine Sache, und die ist knapp und das musst du dir vor Augen führen, du hast nicht unendlich Zeit, um deine wirtschaftlichen Ziele zu realisieren. Und wenn ich mir anschaue, was Dinge aktuell kosten, Inflation war schon mal höher, aber niedrig ist sie auch nicht, dann habe ich schon gerne das Maximale an wirtschaftlichem Ertrag für den zumindest verhältnismäßig geringsmöglichen Arbeits- und damit Zeiteinsatz, denn alles andere wäre eine Sache und das wünsche ich weder dir noch mir noch meinem schlimmsten Feind, das ist verlorene Lebenszeit. Denn dafür ist unser Leben einfach zu einmalig und zu knapp. Wir beziehen uns aber im M&A-Geschäft auf zwei Seiten. Ich habe dir eingangs beschrieben, wo wir primär situiert sind, nämlich im Sell-Site-Geschäft. Das heißt, wir verkaufen Unternehmen, Unternehmensanteile. Das ist so 85% unseres M&A-Geschäft, sondern haben wir noch einen kleineren Block, das ist das Buy-Site-Geschäft, wo also Unternehmer auf uns zukommen. Aktuell sind es sehr erfolgreiche Marketingagenturen, die sagen, du, wir haben erstens Zugang zu spannenden Unternehmen, wir haben Kapital, wir haben hohe Deckungsbeiträge, wir wollen unser Kapital zu den aktuell günstigen Bewertungen so einbringen, dass wir uns Beteiligungen an anderen Unternehmen sichern. Das ist ein bei uns sehr häufig auftretender Case, macht aber auch Sinn, dass die eigene Agentur sich als Plattform versteht und mit diesem Plattform-Geschäft dann natürlich vielleicht auch in andere E-Commerce oder SaaS-Unternehmen investiert. Ich begleite da mittlerweile vier Agenturen, die das machen, alle ziemlich erfolgreich, alle ziemlich groß, macht unverfassbar viel Spaß, aber wie gesagt, ist ungefähr 15% bei uns im M&A-Geschäft. Wie aber die Wertschöpfung dahingehend ausschaut, im Buy-Site-Geschäft habe ich es jetzt kurz angerissen, im Sales-Site-Geschäft schaut es eben so aus, wobei, lass uns das anders aufbauen. Buy-Site-Geschäft, hatte ich jetzt kurz erklärt, man beteiligt sich an einem Unternehmen, wenn die Bewertung fair ist, wenn aktuell keine erweiterte Notwendigkeit für die rumliegende Liquidität besteht, das heißt, ich investiere in das Unternehmen, ich investiere vielleicht nicht nur Liquidität, sondern auch Zeit, Arbeitsleistung, was auch immer, ich investiere irgendeine Form von Kapital, das kann Finanzkapital sein, Humankapital, intellektuelles Kapital, Netzwerk, kann alles mögliche sein, um eben die Wertigkeit des gesamten Unternehmens zu maximieren. So, jetzt habe ich einen Anteil an diesem Unternehmen, das seinen Wert über einen gewissen Zeitraum hinweg maximiert hat. und dadurch, dass ich einen gewissen Anteil habe, nämlich diese 10, 15, 20, 30, 50, wie auch immer, wie viel Prozent, kann ich diesen Anteil natürlich später wieder veräußern. Diese Veräußerung setzt aber wiederum einen optimalen gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Rahmen voraus. Wie darf ich verkaufen? An wen darf ich verkaufen? Unter welcher Frist darf ich verkaufen? Und wie wird der ganze Spaß letztlich besteuert? Muss ich sonst noch irgendwas berücksichtigen? Das wird in der Regel im gesamten gesellschaftsrechtlichen Rahmen definiert. Damit die komplette Bewertung auch dahingehend vorgenommen werden kann, brauche ich wieder gute Financial Metrics, also die ganzen Finanzdaten. Habe ich gesagt, Controlling, Management und Planung. Also Financial Management, Controlling und Planung. War der zweite Teil heute aus der Masterclass. Und es zahlt hier jetzt schon drauf ein. Und am Ende komme ich in die M&A Aktivität, will meinen Anteil verkaufen und damit eine Wertschöpfung generieren und damit mehr Geld rausbekommen oder mehr Kapital rausbekommen, als ich initial investiert habe. obwohl ich natürlich dann am Ende als extrahiertes Kapital meistens eben Finanzkapital bekomme und das muss ich halt dann, wenn ich möchte, nochmal umlegen auf die unterschiedlichen Kapitalarten, die ich investiert habe. Denn in vielen Fällen, vor allem wenn man kleiner ist, wird man eher als Stratege vorgehen. Das heißt, ich bringe nicht nur Geld ein, sondern ich bringe Kompetenz ein, ich bringe Netzwerk ein und das eben übersetzt in eine wirtschaftliche Referenzkennzahl. die gleiche ich dann letztlich mit meinem Ertrag ab und dann habe ich einen ROI, bestenfalls einen positiven ROI, einen Return on Investment und somit habe ich dann Wertschöpfung im Rahmen einer M&A Aktivität generiert. Aber du siehst, dass der unternehmerische Werkzeugkasten bei dir aktuell vielleicht klein ist, weil alles, was du kennst, ist Marketing und Sales. Das sind auch relevante Aspekte, um die ersten paar hunderttausend oder die ersten wenigen Millionen zu generieren. Darüber gibt es keine Debatte, das ist richtig. Aber damit ich dann nicht ein neues Spielfeld aufmachen muss, sondern damit ich eben das mir bekannte Spielfeld noch größer machen kann, meinen Marktanteil sichern kann und damit die Relevanz in meinem Markt erweitern kann, darf ich nicht das Spielfeld wechseln, sondern ich muss mein Spielfeld pushen. Ich muss es größer machen, damit ich einen höheren Teil in diesem Spielfeld habe. Und dann werde ich zu einem Big Fish in a Big Pond, also davor erst mal ein Small Fish in a Big Pond, also ein kleiner Fisch in einem großen Teich und dann wird man zu einem größeren Fisch in einem immer noch großen Teich. Und irgendwann ist man der größte Fisch im Teich und dann kann man auch ein wenig mehr über die Dynamiken innerhalb dieses jeweiligen Marktes bestimmen. Und das wünsche ich dir, aber das kann nur gelingen, wenn du eben sagst, ja, ich lasse mich darauf ein, die einzelnen Aspekte der Wertschöpfung im Rahmen von Financials zu realisieren und ich habe dir versucht mit dem heutigen Video und mit dem ergänzenden Dokument dazu einen Fahrplan an die Hand zu geben, der dir nicht jedes Detail beschreibt und dir sagt, was du tun musst, sondern der dir viel mehr beschreibt, wie hängen diese Aspekte zusammen, inwiefern zahlen sie auf deine Wertschöpfung, auf deine unternehmerische Wertschöpfung ein, inwiefern buchen sie von deiner unternehmerischen Wertschöpfung ab und was musst du ganz individuell machen, um das Maximale an wirtschaftlichem Wachstum aus dir und aus deiner Unternehmung rauszuholen. Wenn dich jetzt dieses Thema interessiert und du sagst, hey, du kannst dich mit mir identifizieren, mit meiner Art, wie ich Dinge analysiere, wie ich sie betrachte, dann würde ich mich freuen, wenn du den Weg auf www.esa.capital auf dich nimmst, das ist unsere Homepage, und dir dort ein Erstgespräch sicherst. Warum solltest du das Ganze machen? In der Chronologie, aber natürlich auch in der Individualbetrachtung gemeinsam mit dir, aber für dich realisiert bekommen, um eben diese Reise vom kleinen Fisch im großen Teich zum großen Fisch im großen Teich möglich zu machen und Realität werden zu lassen. Ich entscheide natürlich nicht, ob das überhaupt dein Ziel ist, wenn es aber dein Ziel ist, dann würde es mich sehr freuen, wenn du das gemeinsam mit uns realisierst, wir haben das notwendige Skillset, du die notwendige Energie und natürlich das operative Geschäft und gemeinsam mit der Fusion der individuellen Kräfte kann man einfach deutlich mehr machen, als das, was man alleine machen kann, das durfte ich über die letzten Jahre erlernen, die richtigen Partner sind integral für das eigene Wachstum und damit auch für das gemeinsame Wachstum. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich habe es eingangs dieses Videos schon mal gesagt, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt und ganz wichtig, ein Abonnement für den Kanal und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann möchte ich dich auf etwas hinweisen, das ist aber ganz bewusst ein Bonment für all die jenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich habe am Ende von diesem Dokument eine Checkliste mit jeweils zehn Punkten in den drei Bereichen, die dieses Video kennzeichnen vermerkt. Das ist wirklich mit Checkboxen. Ich würde dir sagen, lad dieses Dokument runter, druckst dir aus, druck dir vielleicht auch einfach nur die letzten Seiten aus, wo diese Checkliste drauf ist und geh die Punkte in deinem Unternehmen durch. Und wenn du merkst, hey, da sind mehr Punkte offen, also noch nicht erledigt, wie schon erledigt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du setzt dich jetzt hin und fängst an, das hat aber auch was damit zu tun, ob du die notwendigen Ressourcen hast, oder ich verweise nochmal höflich auf unsere Homepage, buchst dir ein Erstgespräch und machst das zur Realität, was bisher jetzt eher vielleicht eine Wunschvorstellung ist, diese Wunschvorstellung vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad generiert aus dem, was du heute gehört und gesehen hast. In jedem Falle wünsche ich dir gute Entscheidungen, ich danke dir nochmal für deine Aufmerksamkeit, würde sagen, bis zum nächsten Mal und alles Liebe, viel Erfolg, bis dahin, dein Matthias, ciao.